Willkommen zu, wie heißt der Spiel? Keine Ahnung. Okay, Willan, nimm mal die Grundlagen für dieses Spiel. Okay, Willan, gerade sowas ist. Ich glaube, das hat man schon einmal gespielt. Äh, kann man... Wortmenü, ne, weiß ich nicht. Da, oder? Blattfamilie... Ähnert... Gott... Und sie... Okay... Blinkt kosten... Nimm mir... Dich? Nimm mir mal. Nimm mir das Thema wählen. Nimm... 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 Fantasie? Fantasie, und... Kann man noch was wählen? Und ganz weitere Sachen wählen. Fantasie und Abenteuer zu... So, dann... RPG... oder nicht? und Strategie, na wobei, wir machen das Haus im Kampf, viel dazu, ja, eher, wie so, 3 Level, 6 Level und Rücklungsdauer festlegen, umso besser wird es, na wobei, ich würde manchmal 7 Level, aber wenn dann, 8, 16, fertig, gut, ja, warte, warte, machen wir mal für den ersten Teil, 3, ja, machen wir mal 3 Welten, oder machen wir 2, machen wir 2 dafür längere, wofür kann der da mal Arbeit einstehen, so, ok, wenn ich hier alles voll mache, tut das Lohn, weil wir davon nicht so viel, also ist das Logik, da machen wir ein bisschen, und ich würde sagen, auf 29, das ist die Grafik, die lassen wir oben, dann Sound, die machen wir auf 40, die nicht, 4, die dann auf 30, so, Team 1, Team 1, nein Team 1, ok, wir müssen sagen, ich beginnen, so, nicht, so, den Namen, ähm, muss nehmen, Fantasie, ähm, da, Drache, Kokosnuss, ähm, so kann man gar nicht so, ähm, wie lange, Drache Kokosnuss, ähm, 1, ja, und dann, ja, wir müssen jetzt starten, also wird die Regen, Tüme 1, ja, Kilo, so, öhm, bisschen, was auch auswählen, auswählen, Ich bin draußen. Gleich beginn. Okay. Ja, aber ich hab doch noch ein Zimmer gewählt. Okay, Schluss. 93 Kusnus 1 wieso kann ich da nicht so auch nicht ich hab doch alles eingestellt oder ach so das muss man ja noch einmal ich hab eine empfehlung können ja gut dann entwickeln wir mal unser erstes spiel das kostet schon viel ich kann nicht so mit dem mitarbeiter einstehen anheulen öffentlichen kreis Wir machen mal hin und machen mal hin und machen mal hin und machen mal hin. und damit können wir gleich ein kleines Kiddes und der Preis ist auch billig ok so dann können wir ja schon mal arbeiten und zwar wieder für diese Konsole Spiele oder gucken wir uns mal das an wir machen mal Horror Blumi Kamm und Schurke also wir machen müssen Schurken weg und machen Ausbildung ja, zurück ähm ich blende es jetzt mal ähm ne da 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 zum hier 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 zumbe hier zumbe sehr ö äh äh zumbe äh ich gehe nicht, wir nehmen das nochmal zum, warte mal, der rote, äh, ja komm wir nennen es mal so, der rote Hase, eins, ja, wir nehmen mal die Team 1, was haben wir hier, Logik, muss schon nach oben, Sound, auch nach oben, ja, wir nehmen uns zwei Wochenzeit, warte mal, nehmen sie volle Zeit, komm, komm, und Team 2 entwickelt, ähm, was weiß man, sie sehen, Action, ja, und Kampf und Strategie, so, meine Mama, meine, die, äh, nee, das ist nur, wieso, dach, ja, Kugelsmus 2, für diese man, wieso, ähm, alles wieder, die Ende, die in zwei, sollte man arbeiten, Kommt das, ja. Schatz, ja. Schatz, ja, nein. Niemals auf der Falle. und auf dem ich klicke jetzt soll ich die 6 zu machen? ok ja ich will aber den jetzt mal weiter nehmen zu blick zu blick ok lasst mich 4 3 kosmos was steht da? profit minus 28 5.000 ok was lange 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 und dann sagst du ok und dann ist es gerade Kampf im Kampfspiel ok ich habe auch mal ein bisschen oder? ja mal ja jetzt öffnen jetzt können wir das öffnen Okay, werbung? Können wir machen oder nicht? Können wir nicht machen? Den Preis lassen, wenn wir so viel veröffentlicht haben. Okay. So, dann zickelte ich schon mal am nächsten Spiel. Ja, mit einer neuen Person. Kampisch gerennenden Trends. Was machen wir noch? Nehmen wir noch einen Zombie. Und Krieg. Ja, mit einer neuen Kampf. Und was nehmen wir dann noch? Shooter. Ja, mit einer neuen Kampf. Das sind die KMN. Ja. ZOMBIE 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 Geht nicht Okay, ZOMBIE 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 1 1 hh, تم 1 Der ist die Grafik nicht ganz so wichtig Ja, so, wir können gerade nicht abgehen, okay. Und dann veröffentlicht ich mir das mal ohne Werbung, wenn ich spiele. In Zandard mache ich jetzt nicht allzu viel Werbung. Ja. Okay. Okay. Oh ja. Cool, ich muss natürlich machen das. Okay. 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 Oh, das hat, das hat, ich denke wir nicht gebracht. So, das ist der rote Hase. Okay. 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 Und so machen wir noch eins. Okay. 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 Und then gucken wir mal 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 was das bringt. Okay. Tja. Nicht schrecken, nein. Warten können, genau, aber dieses Spiel ist nicht beschreiben. Und ich dachte, es war die Erlebnis gefällt dir persönlich, politisches Material. Okay, es ist aber schon so, es fehlt eine Menge. Ja, aber es ist erst der erste Teil vom Spiel. Und ja, deswegen sag ich noch nichts. Aber wir müssen gucken. Wir müssen noch umgucken, aber das hat mir noch ... 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 Ok, ja gut, dann müssen wir noch gucken, ok. Wir gehen noch was kaufen, ok. Und dann machen wir mal den Preis so hoch. Wir gucken mal, ob das was bringt. Wir machen mal hier die Wohnung um den Hof. Wollen wir da runter machen? Spielen? Ne, machen wir gar keine Werbung. Wollen wir den Spielbereich so hoch? Ok, warten wir noch, dass sich das andere Spiel hinzuwickelt hat. Ja. Ok. Mal gucken. Aber es wird sowieso mittlerweile auch jederzeit billiger. Ja, wir schauen mal gucken. Ob es sich das auszahlt. Gut, das andere Spiel müsste sich bald veröffentlichen. Wir haben nur noch zum Dreier. Oh. Die Mora. Gehen wir mal. Und das. Ok, wir sind jetzt veröffentlicht. Wir werden das mal hoch machen, oder? Nein, das ist auch ein Hochspielveröffentlicher. müssen wir gucken was da der unterschiede ist wir gucken ob da das interesse mehr ist auf jeden fall ob es die werbung auch mehr ja schon mehr interesse da aber die werbung ist auch mehr dann kommen wir da auch nicht aufs plus ok gut wenn euch das letzte test gefallen hat wir sagen so es ist nächstes mal wieder bei einem neuen video wie gesagt tschüss euer rutscht wiederum tschüss